Mitte der 1960er Jahre erinnerte sich der Maler Hermann Willem an die Zeit, die er als Schüler in Erlangen verbracht hatte. Die Ferien verbrachte ich in Erlangen. Welch schöne Tage in der so nüchtern erscheinenden und doch so heiteren Musenstadt. Damals war der heute Preußenhügel getaufte Burgberg noch ein Dorado für Maler. Allerdings war ich der Einzige und blieb es auch, der die Burgbergstraße sozusagen von hinten bis vorne durchmalte, Sommers und Winters kaum gestört. Im Sommer habe ich oft weidlich geschwitzt und an manchen Wintertagen erbärmlich gefroren. Das schönste Sommerbild gelangte für ein Stück trockenen Brotes in die Hände eines Bamberger Sammlers. Ein anderes mit dem Wasserturm erwarb ein Erlanger Industrieller. Die Burgbergstraße war ein sogenanntes großes Motiv. Sie hatte etwas Unnennbares, was die großen Meister immer anregte. Sie war ein sesannisches Motiv. Nach 1945, als meine Frau und ich bis 1950 in Erlangen lebten, habe ich sie wiederum aufs Korn genommen, mehr und mehr abstrahierend. Im Kunstverein zeigte ich einmal eine Variante. Davor standen zwei befreundete Damen der Erlanger Gesellschaft den Katalog in den Händen und schauten sich verdutzt an. Ich lese da Burgbergstraße, meinte die eine. Aber ich sehe bloß ein Büchergestell. Seit ich wieder in meiner alten grauen Vaterstadt Nürnberg wohne, die trotz aller hohen Werte heute so unmusisch in den Tag schaut, streng, aber gerecht, trauere ich den vielen, in Erlangen verbrachten Jahren nach, durch dessen Straßen ein geistiges Fluid weht, das in Nürnberg kaum spürbar ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017